hey und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmien heute wieder ein oragel zur em und zwar england gegen dänemark ich spiele england und dänemark spielt hier der jasse hühn ja ich habe mir mal einen neuen mitspieler gesucht so was denkst du wie das spiel ausgeht also wieder 4-0 so l2 ja ich denke auch so 20 für england oder 21 ich denke mal dass dänemark schon ein tor macht er war gar nicht so schlecht erste chance für england ja wir machen bald von up aus wieder im turnier und zwar champions league aber ich glaube erst nächsten monat oder so weil wir erst eins gemacht haben da freue ich mich drauf ich bin mit jassen in einer gruppe ok schlecht verteidigt hier dänemark führt 1 0 hätte ich hätte ich das eine tor mal gemacht also dänemark hat sich ja gut schlagen bis jetzt nein das wollte ich nicht ich habe gleich zwei tassen irgendwie hintereinander gedrückt so danach gibt es live stream mit pro clubs ausnahmsweise mal was ach komm abseits ich glaube es hackert und das war schleich scheiße scheiße war das ups das war kein l2 kein l2 l2 ja jetzt habe ich es gemacht ah was nicht passt ja 2 0 für dänemark das hier ist natürlich jetzt nur viel spaß also wir haben ja unsere tipps gesagt was wir denken was wie live ist so ist ja mit kev gewesen der hat mich auch immer so hoch geschlagen l2 weiß ich nicht oh komm das gibt es doch nicht lauf lauf nein typ aller gib mir den ball ja nein warum verliert jemand den ball jawohl nein wo spielst du denn hin du kleiner ja schlechter pass das war echt ein schlechter pass jetzt lauf 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 nein ach abseits schon wieder aller ich bin nur im abseits ich mach hier einen auf op ja keiner na da was ein paar nein nein geht doch nicht oh lauf doch oh ja weg mit der pille weg mit dem weg l2 l2 immer schön l2 oh nein abseits das das gibt es nicht Mann hier gibt es abseits Orakel nur im abse nein als ob der durch kommen alle ich krieg an und abseits und der typ nein 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 da war doch noch durch ach ach man so oh halbseits hu also fast nur im abseits gewesen hier und jassin macht hier zwei Tore hu das war echt ein knappes spiel ja wir spielen da noch also ich meine klar bis jetzt ja 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 Olsen und Damsgaard ok natürlich hoffe ich das auch in echt so ausgeht aber so Schüsse aufs Tor 0 zu 3 also er hat 3 Schüsse Ballbesitz hat er auch ein bisschen mehr das heißt ein bisschen ist ein bisschen mehr oh leck ich hab einfach warte mal wen hab ich dann hier noch auf der Bonk ach riech fort komm wir mal riech fort rein hehehe ich bin so kein anime mitgefühl gekommen so und weiter geht's jetzt bei der halbzeit so mal gucken wie ich mich jetzt schlage ob ich nochmal abseits stehe oder nicht oder ob ich überhaupt nicht vor das Tor komme ja 35 ja oh ey so belastend ne doch nicht oh ey du bist doch hm hm kann man nix mehr sagen alter geht doch dran jawohl oh pschu und jetzt oh ach vor die Füße alter das ist doch nicht wahr ach komm wieso läufst du nicht da oben was war doch nicht man ach juhu keinste schiebung 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 ui also wenn das was war ne ich kanns nicht ach shit ey ich mach einfach irgendwie die falschen Pässe ja ne äh wof 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 er hat dann durchgegangen der ist doch super gekommen oh nein ey schon wieder am Ball Wof 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 jawohl jetzt riech fort was komm aus 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 ist immer gut dann kommt auch nicht nach vorne oh was pisse ich krieg die krise komm lieber ans aus der ist besser als starke die kracke starke die kracke ja ja ich komme irgendwie nicht vor ja da verteidigt ist gut das in mich gehen wo ich mich rein ja in die reingehen jawohl überlegen. Jawoll. Was, Schloss Fickstein? Das ist doch hier Makovitschkas... Ach Mann, ey. Es klappt ja gar nichts bei mir. Ja, 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 ja. Ja. Komm einmal nach vorne, alter Junge. Ey, ich bin kurz davor so auszurasten wie im Pro-Clubs. Ne, bitte nicht. Ja, endlich mal hier. Nein, nein, nein. Nein, da komm nicht. Ah, das gibt's nicht. Niemals. Nein. Nein, jawoll. Einer zu. Ach, ey, das gibt's nicht. Ich komm da nicht durch. Jetzt, jetzt, jetzt. Olsen, Molson, Paulson. Ach, komm. Nächste. Das ist... Uah. Ey, was ist das hier? Das ist scheiß Torwart, Mann. Ja, das ist Pickford. Ich krieg die Krise. Der pickelt alles raus, alter. Oh, ja. Ja, super. Ach, L2, alter. Was gemacht? Komm, bitt sich mal einer an hier, ihr Spasten. Oh, ey, das... Ich komm da nicht durch. Das ist doch nicht wahr. Meine Auffe hält Stabilität. Oh! Nein, 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 nein. Oh. Goal, 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 goal. Zweiter Halbzeit ist so gut durchgehalten. Ach, ich kann nicht nur noch... Ach, ich verjahre es noch. Ach, Mann. So, das ist... Aber Zweiklasse ist echt gut gewesen. Stark, da hattest du vielleicht 100 zu 0 Prozent Ballbesitz. Oh. Boah, ey. Ui. Ja. Komm, lauf. Lauf. Ei. Ich will Schmerzensgeld. Für was? Eigentlich müsste es jetzt schon über... 5, 6, ne? Mann, das muss ich hinfahren. Ach, Mann. Ich krieg die Krise. Ja. Ich hätte draufschießen sollen, wahrscheinlich. Bestimmt gar kein Torschuss. Naja, ist ja nur zum Spaß. Ja, das Orakel endet hier 3-0 für Dänemark. Ey, wenn das Wichse ausgeht, wäre echt eine... Sensation. So, ich danke dir, Yasin, für das Spiel. Kein Problem, mir mal wieder gerne. Yasin ist unten verlinkt. Schaut mal bei ihm vorbei. Gebt ein Abo. Und, ja. Bis zum nächsten Orakel oder Video Livestream. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.